Hier wird ein Büro zur Miete angeboten. Es befindet sich in Dortmund. Das Objekt ist ab sofort verfügbar. Das Büro verfügt über Teppichboden sowie einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 6,50 Euro pro Quadratmeter. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Man und die Miete der Miete des Objekts 4,50 Euro zur miete Auerkastung, ein Stichbläck vom Treakten, eine Wachstum mit der Miete. Bis zum nächsten Mal.